Das heutige Horoskop, Löwe, 11. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Lassen Sie Vergnügen heute ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste stehen. Während die süße Venus, unsere Göttin der Liebe, Anbetung und Zuneigung, neben Jupiter am Himmel funkelt, werden Sie bestrebt sein, sich auszudrücken und mit anderen in Kontakt zu treten. Entspannen Sie sich und genießen Sie das schöne Leben in vollen Zügen. Dies ist einer dieser seltenen Tage, an denen Sie so tun können, als ob Ihnen alles egal wäre. Genießen Sie den Zauber neuer Freundschaften oder Flirts und leben Sie voller Energie. Ein guter Tag wie dieser kommt nicht zweimal. Zeigen Sie der Welt Ihren Zucker und Ihre Gewürze. Ist es Zeit für einen Neuanfang? Ihr beruflicher Fortschritt könnte vorerst aufgehalten werden, was dazu führen könnte, dass Sie sich zweifelnd und unsicher fühlen. Daher fragen Sie sich vielleicht, ob Sie einen Schritt zurücktreten oder etwas ganz anderes tun müssen, wenn Venus im Skorpion dem rückläufigen Jupiter im Stier gegenübersteht. Während Sie darüber nachdenken, was Sie tun können, stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie Ihren aktuellen Weg mit neuen Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg verbinden können. Sie können sich dazu verpflichten, das Beste aus beiden Welten zu haben. Zur gleichen Zeit, in der Neptun sein erstes Wochenende in Ihrem Finanzsektor verbringt und Sie die Chance haben, Ihren ganzen Fokus auf die zukünftige Venus zu richten, trennt sich der Planet des Geldes von einem freundlichen Aspekt zum dortigen Saturn. Dies gibt Ihnen nicht nur die Chance, in die Zukunft zu blicken, sondern auch mit Zuversicht in dem Wissen, dass Sie zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten mit der Entschlossenheit ins neue Jahr gehen, finanzielle Träume in die Realität umzusetzen. Je mehr Zeit Sie damit verbringen, sich mit Ihren Ernährungs- und Bewegungsbedürfnissen auseinanderzusetzen, desto einfacher fällt es Ihnen, über Dinge nachzudenken, die Ihre Lebensqualität verbessern. Wenn Sie beispielsweise ein paar Wochen lang regelmäßig Yoga machen und reichlich Wasser trinken, fühlen Sie sich automatisch bereit, bestimmte Lebensmittel wie Weißmehl und Milchprodukte in Ihrer Ernährung zu reduzieren. Der Körper verlangt, was er will, wenn Sie Ihre Zuhörfähigkeit verbessern können, sind Sie in guter Verfassung. Passen Sie auf sich auf, wenn es um emotional belastende Beziehungen in Ihrem Leben geht. Wenn Sie an einem Punkt angelangt sind, an dem Sie darüber nachdenken, ob Sie in dieser Beziehung bleiben wollen oder nicht, wird die Essenz dieses Tages Ihr Dilemma mit Sicherheit noch verstärken. Gute und gesunde Beziehungen gehören ebenso zum Ziel dieses Tages wie das Wissen, wann man den Dingen ein Ende setzen muss. Denken Sie über Ihre Situation nach und treffen Sie Entscheidungen darüber, was Sie für Ihr Wohlbefinden tun müssen. Was den freundschaftlichen Aspekt zwischen Merkur im Job und Jupiter im Berufsleben so bedeutsam macht, ist nicht nur die Tatsache, dass dies das erste Mal seit zwölf Jahren ist, dass Sie zusammenkommen. Vielmehr ist dies nur die erste von drei Begegnungen und da die nächsten nur zehn Tage entfernt sind, werden Sie wie Klebstoff zusammenkleben. Dabei kommen nicht nur ein neuer Job und ungenutztes berufliches Potenzial zusammen, sondern auch Jupiters Denken und Ideen für das Gesamtbild mit Merkurs geistiger Konzentration und seinem Blick für die Details. Da sich die Sonne nun in ihren letzten zwei Wochen in ihrem romantischen Sektor befindet, Venus, der Planet der Liebe, jedoch noch drei Wochen entfernt ist, wird die Sonne bei ihrer Rückkehr die Herzensangelegenheiten hinter sich gelassen haben. Glücklicherweise macht der Mars nicht nur seinen ersten Besuch in diesem Jahr in ihrem romantischen Sektor, sondern wird auch noch dort sein, wenn Venus zurückkehrt, wobei die Planeten der Liebe und Leidenschaft hier zum ersten Mal seit 17 Jahren und pünktlich zum neuen Wiederzusammenkommenjahr. Täglicher Planetenüberblick Heute entfaltet sich die kosmische Ausrichtung, während Venus durch den Skorpion reist und einen überzeugenden Gegensatz zum rückläufigen Jupiter bildet. Dieser himmlische Tanz verleiht ihrem Tag einen Hauch von Positivität, hebt ihre Stimmung und stärkt ihr Selbstbewusstsein. Nehmen Sie das neue Selbstvertrauen an, das durch Ihre Adern fließt, und nutzen Sie die positive Energie, um sich an Diskussionen über Ihre kreativen Aktivitäten zu beteiligen. Während Sie sich im Glanz dieser himmlischen Allianz sonnen, ist es wichtig, Ihr Ego unter Kontrolle zu halten, um unbeabsichtigte Arroganz zu vermeiden. Die Sterne sagen voraus, dass Ihre Worte Gewicht haben und das Interesse Ihrer Mitmenschen wecken werden. Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihre Gedanken und Ansichten vorbehaltlos zum Ausdruck zu bringen, denn die Menschen werden Ihren Standpunkt wahrscheinlich annehmen und an ihn glauben. Es ist ein Tag, an dem Sie Ihren Ideen freien Lauf lassen können, ohne sich zurückzuhalten. Angetrieben von Energie und Mut befinden Sie sich in einer günstigen Position, um Ihre Ambitionen zu verfolgen. Seien Sie jedoch vorsichtig und lassen Sie sich nicht von komplizierten Details ablenken, die zunächst fesselnd wirken, Sie aber von Ihren Zielen ablenken können. Gehen Sie Aufgaben mit einer besonnenen und vernünftigen Einstellung an und stellen Sie sicher, dass Sie sich auf die wesentlichen Ziele konzentrieren, um effizient erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Finanziell ermutigen die Sterne, sich etwas Neues zu gönnen. Ihre Mittel erlauben eine kleine Investition und es ist der perfekte Moment, sich eine wohlverdiente persönliche Belohnung zu gönnen. Gehen Sie sensibel vor, vermeiden Sie übermäßige Ausgaben und treffen Sie umsichtige Entscheidungen, um die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten. Behalten Sie trotz des anfänglichen Anscheins einer kritischen Situation die Fassung und vermeiden Sie, sich überfordert zu fühlen. Reagieren Sie ruhig und überlegt auf Herausforderungen, denn Störungen und unangenehme Umstände sind vorübergehender Natur und können vorübergehen, ohne dauerhaften Schaden anzurichten. Stellen Sie Ihr Wohlbefinden in den Vordergrund und kümmern Sie sich gut um Ihre Gesundheit inmitten des Auf und Ab der kosmischen Energien. Seien Sie sich jedoch Ihres unbändigen Antriebs bewusst, da dieser zu Momenten der Arroganz und Aggression führen kann. Fördern Sie die Zusammenarbeit und vermeiden Sie unnötige Konfrontationen oder Streitigkeiten. Reichen Sie den Bedürftigen eine helfende Hand, indem Sie Ihr Durchsetzungsvermögen mit Empathie und Unterstützung für einen harmonischen Umgang mit anderen in Einklang bringen. Nutzen Sie die ruhigere Atmosphäre abseits der Hektik der Arbeitswoche, während der Mond Ihren Finanzsektor am letzten Venus-Wochenende in diesem Reich schmückt. Dies ist der optimale Zeitpunkt, um ein neues Finanzkapitel zu beginnen und dabei Herz- und Bauchgefühl in Einklang zu bringen. Die Rückkehr der Venus verspricht, Ihr finanzielles Selbstvertrauen zu stärken, Ihre Wünsche zu aktualisieren und Sie dabei zu unterstützen. Diese Wünsche in die greifbare Realität umzusetzen. Himmel für heute In Erwartung des bevorstehenden Neumonds in Ihrem Finanzsektor nächste Woche dem letzten Mondereignis des Jahres und dem einzigen Besuch des Mondes, während die Sonne herrscht, erfordert Vorsicht einen wachsamen Blick in die Zukunft. Trotz des typischen Höhepunkts der Finanzaktivität, den dieser Zeitraum bedeutet, dient er als Ausgangspunkt für ein aufkeimendes finanzielles Potenzial und eine Dynamik, die sich bis weit in die ersten Wochen des Jahres 2024 hinein ausdehnen wird. Inmitten dieser Finanzlandschaft kann es jedoch sein, dass Sie von einem Gefühl des Unbehagens erfasst werden, das bei Ihren Mitmenschen den Verdacht auf Unwahrheit und betrügerische Absichten hervorruft und scheinbar darauf erpicht ist, Zugriff auf Ihre Ressourcen zu erlangen. Diese Angst kann Ihr ansonsten klares und objektives Urteilsvermögen trüben. Es ist ratsam, sich heute von komplizierten Finanzangelegenheiten fernzuhalten und zu erkennen, dass es in Zukunft zahlreiche Möglichkeiten für vorteilhafte Geschäfte geben wird. Heute ist möglicherweise nicht der günstigste Tag für solche Unternehmungen. Während sich Merkur am letzten Wochenende dem Abschluss seiner direkten Bewegung in ihrem Finanzsektor nähert, gibt es eine spürbare Verlangsamung, der Fokus bleibt jedoch auf die Zukunft gerichtet. Indem er sich in einem intuitiven und fantasievollen Segment Ihres Horoskops von einer harmonischen Verbindung mit Jupiter löst, stärkt der Einfluss von Merkur weiterhin Ihr finanzielles Selbstvertrauen und Ihre Vorstellungskraft und stellt gleichzeitig sicher, dass Ihr finanzieller Scharfsinn scharf bleibt. Dieses strategische Gleichgewicht hält Sie auf dem Boden und ermöglicht es Ihnen, ein ausgeprägtes Bewusstsein für Geldangelegenheiten zu bewahren. Ihr offenes und freundliches Auftreten erweist sich als Vorteil und sorgt für positives Feedback von Ihren Mitmenschen. Andere erkennen und schätzen Ihre instinktive Fähigkeit, Unterstützung und Ermutigung anzubieten. Dieser gegenseitige Austausch schafft eine Atmosphäre der gegenseitigen Unterstützung und fördert ein positives Umfeld für alle Beteiligten. Wenn Sie Ihre Hilfe anbieten, kehrt diese ganz natürlich zu Ihnen zurück und schafft einen harmonischen Kreislauf der Unterstützung und Zusammenarbeit. Das war's für heute.